Hallo! Heute verbringe ich den Tag in einem Synchronstudio, in einem Sprecherstudio und nehme euch mit zu einem Job. Ich habe nämlich die Synchro gemacht für das Spiel Mirror's Edge Catalyst. Das kennt vielleicht einige von euch, kennt ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gespielt habt. Und dann könnt ihr das nämlich demnächst spielen, während ihr meine Stimme hört. Voll geil! Ja, auf jeden Fall dachte ich, das könnte ganz interessant sein für den einen oder anderen von euch, sich mal so einen Job anzugucken und meine Stimme zu hören, die man ja sonst hier nie hört. Ich bin hier gerade bei Rain Productions. Drinnen sitzen schon ein paar Leute, die warten auf mich. Und zwar heißt die Hauptfigur Faith. Ich spiele die Young Faith, also quasi zurück in die Vergangenheit. Da gibt es immer mal so Rückblicke und ja, ihr werdet es ja sehen. Ich lasse es mir jetzt auch nochmal erklären. So, wir gehen jetzt mal rein. Das ist der Chris, der arbeitet auch hier. Ich habe einen neuen Job gerade. Was ich überhaupt nicht wusste, Mark Forster arbeitet hier auch. Hallo! Voll cool! Kannst du gleich vielleicht auch nochmal kurz für uns singen oder so? Na klar! Wir waren ein Klassiker. Ja! Machst du hier auch die Aufnahmen? Ja, natürlich. Ah ja, krass! War cool! Das ist der Cast. Du bist der Regisseur? Ja. Und der Erik, was machst du eigentlich? Ich bin hier der Tote-Denker. Cool! Und die müssen mich gleich aushalten. Wir machen ja die Sprachaufnahmen von Mirror's Edge Cutter List. Und da spielst du hier die kleine Rolle der kleinen Hauptdarstellerin. Die hat keine Waffen, ne? Die hat keine Waffen, genau. Ihre Gegner haben Waffen. Ach so! Äh, aber die, ähm, ja, entwaffnet sie dann. Keine. Also ist der Charakter, den die Joyce spielt? Hm, jetzt hört mal genau zu. Der Charakter ist, ähm, so um die fünf, sechs Jahre alt. Was? Genau. Das haben sie mir eben erst gesagt, ja? Die haben immer nur gesagt, die Kleene, die Kleene. Ich sag, wie Kleene ist die Kleene denn? Ne? Ja, so alt wärst du noch gerne, ne? Fünf? Ja. Machst du doch immer so auf, Junge, in deinen YouTube-Videos. Du hast jetzt halt die Press, ich hätte dich wieder mal nicht mitnehmen sollen. So, das war's, ne? Wir gucken uns jetzt mal den Trailer an, oder? Ganz genau. Der Erik zeigt mir jetzt mal so ein bisschen hier die Tonkabine und erklärt euch ein bisschen, wie sowas aufgebaut ist. Hier geht's rein. Also hier ist so eine Station, wo man spricht und hier auch nochmal im Sitzen quasi. Genau, im Sitzen, das ist in der Regel eher für so längere Sachen, wo man auch nicht schauspielern muss, für, ja, zum Beispiel für Hörbücher oder sowas würde man das nehmen. Ein bisschen schauspielern muss, ein bisschen Actives steht man halt in der Regel und hier in der Ecke ist halt extra noch ein bisschen trockener, sagt man, von der Akustik her, also viel Absorber. Was ist das jetzt? Das ist ein Absorber, ja? Genau, das ist ein Absorber. Das ist, ja, quasi ein Mineralwolle-Drill. So, und hier wird dann gleich angezeigt, das ist quasi die Stimme, ne? Genau, das ist die Länge. Und hier kommt der Text, oder? Genau. Super, danke. Ich hoffe, ihr habt's kapiert, ja? Also hier stehe ich? Genau, hier auf dem Mineralwolle-Drill. Links siehst du gleich dann immer die Wellenform, damit du weißt, wann wir aufnehmen. Und rechts siehst du dann gleich immer den Text. Okay, cool. Ich hab vor lange nicht mehr Synchro gemacht. Schau, ich krieg das noch so hin. Achso, das muss jetzt genau 45 Zentimeter sein? Äh, ja, nicht ganz genau. Aber das darf auf jeden Fall nicht zuräumlich werden. Ja, wir hören uns gleich von drüben. Super, danke. So, jetzt geht's gleich los. Und wir haben hier noch eine Lampe im Hintergrund aufgestellt, damit der Chris mich auch von draußen sehen kann. Ich hoffe, das blendet euch nicht. Nicht ins Mikro sprechen, sondern normal geradeaus wurde mir gerade gesagt. Hallo. Hä? Aber achso, ich krieg gar kein Bild dazu gezeigt? Nee. Achso. Das Spiel wird ja gerade noch, das entsteht ja gerade noch. Achso. Und diese Szenen sind alle noch nicht fertig gerendert. Drum kriegen wir die auch noch nicht. Normalerweise sieht man eigentlich immer schon so ein Bild dazu, aber das Spiel ist noch gar nicht ganz fertig. Und ich hab ja jetzt eben den Trailer gesehen und muss mir jetzt vorstellen, wie das dann so aussehen soll und wie ich das sprechen soll. Aber deswegen gibt's kein Bild dazu. Das ist mal was Neues. Wie gesagt, wir sind in der Vergangenheit. Und du rufst jetzt seine Schwester und ich glaub auch deine Eltern. Heiliger Stur sagt, Moment bitte, wir müssen doch pegeln. Und das ist so, dass wir bei Videospielen immer auf den lautesten Pegel, also das lauteste, was du rausbringen kannst, pegeln müssen. Okay. Und wegen den Vokalen und so und weil wir ja ganz oft auch Ego-Shooter machen, sagen wir immer, Achtung Granate. Und das musst du bitte so laut wie möglich schreien. Achtung Granate, soll ich schreien? Okay. Jetzt? Achtung Granate! Nochmal? Gerne nochmal. Gerne, ja. Achtung Granate! Thema. Mit dem möchte man auch nicht so unbedingt Ärger an. Are you coming or what? Comptia or was? Ich höre mir das jetzt nochmal an und überlegen wir mal, ob das passt. Comptia or was? Hinten raus warst du fünf. Vorne warst du nochmal. Von der Granate war das überhaupt nicht mehr. Ganz genau. Kommt ihr, oder was? Kommt ihr, oder was? Diese oder was ist voll komisch. Moin, ich mag es noch mal anhören. Kommt ihr, oder was? So, wir ändern mal den Text und sagen bitte, kommt ihr erst endlich? Ja. Kommt ihr erst endlich? Jetzt hast du so ein bisschen geklungen, als hättest du dir irgendwie Pippi in die Hose gemacht. So, kommt ihr jetzt endlich, meine Hose ist nackt. Aber du freust dich. Du freust dich, ihr wollt los. Kommt ihr jetzt endlich? Machst du mit einem Lächeln. Kommt ihr jetzt endlich? Steht dir besser. Das Motzen, ne? Den Nehmer. Kommt ihr jetzt endlich? Fand ich super schön. Der Motzige? Ja, so motzig ist er nicht, aber der ist halt so kindlich, mit Vorfreude, finde ich schön. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Den Nehmer auch noch. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Prima, der erste war schon gleich. Aber der zweite ist für uns ja auch. Den Nehmer auch, ja. Die wollten gar keinen zweiten. Der erste war schon gut. Ich mache mich, ich mache mich. Ich krieg noch eine Karriere als Fünfjähriger. Und das mit zwei und ... Wach auf! 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 Du siehst, Mama, das mache ich beruflich. Jetzt kommt es ganz dicke. Jetzt kommt es ganz dicke. Das war es nämlich schon. Das war es schon. Da seht ihr mal, wie professional ich immer noch bin. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil das jetzt die Tür zum Chef, der jetzt sagt, wie es war. Oh, falsche Richtung. Ist schon die Tür nicht aufgekommen hier. Ah, aha! Ah, die Jury. Ja, war okay? Nochmal, bitte. Nee, war super. Cool. War super, es waren ja erschwerten Bedingungen, weil man weiß ja nur wirklich, wo. Ja, wenn man kein Bild sieht, ist das schon voll komisch. Also, das kennt man halt nicht so. Ja. Voll witzig. Normal kann ich meine Stimme mittlerweile ja total gut hören, ne, bei Aufnahmen, weil man es so gewohnt ist durch YouTube. Aber nicht, weil man die Stimme so verstellt. Das kommt trotzdem noch bei irgendwoher. Und ich will. Joyce, du warst sehr gut bei den Sprachaufnahmen. Wirklich. Sie werden es auch hören, ne? Ja, ist das, oder? Hast du gut vorgelesen, was ich dir da aufgeschrieben habe? Nee, war wirklich super. Nee, cool, hat aber auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ja. Ich habe das mal lange nicht mehr gemacht. Aber was ich immer... Natürlich gemerkt. Ja, okay. Halt mal nicht. Das war ganz cool. Hat Spaß denn. Mir auch. Ich brauche mal wieder. Ja, gerne. Wenn ihr Bock auf das Spiel bekommen habt, das erscheint am 9. Juni in Spelltune. Wenn ihr das interessant fandet, dann gebt doch einen Daumen hoch. Auch wenn ihr das öfters sehen wollt. Das seriöse Arbeitsleben von Joyce Ilk behind YouTube. Ciao. 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 Es gibt nichts, was euch hält. Au revoir. Das war lustig.